Alle reden davon, dass Aktien und speziell Technologieaktien zu teuer seien, zu hoch bewertet. Aber stimmt das überhaupt? Ich behaupte, man kann genauso gut argumentieren, dass Technologieaktien immer noch zu billig sind. Warum das so ist und was dahinter steckt, das erkläre ich in diesem Video. Bis gleich. Bei den letzten beiden Videos zu Tesla und BYD ist mir eines ganz besonders aufgefallen und zwar die vielen Fragen, die sich auf diese Bewertungsthematik konzentrieren. Das brennt vielen von euch offenbar auf den Nägeln und vollkommen zu Recht. Ich will das deshalb heute mal thematisieren und euch auch erklären, wo das Dilemma für uns als Anleger liegt, wenn wir versuchen, den fairen Wert von Aktien wie zum Beispiel Tesla zu ermitteln. Ich habe mal ein paar Kommentare von euch zu diesem Tesla Video von vergangener Woche rausgesucht. RADO TV schreibt da zum Beispiel, wer investiert noch in Tesla zu den aktuellen Kursen? Mit vier Fragezeichen dahinter. Dann gibt es noch weitere Kommentare, unter anderem Pascal, der schreibt, Tesla einmalig plus 4,2 Milliarden Dollar Umsatz, Marktkapitalisierung plus 115 Milliarden Dollar und mit einem ironischen Smiley dahinter, nein, ich sehe da keine Blase. Und Franz Keller, der flüchtet sich auch in Sarkasmus angesichts der Bewertung von Tesla und meiner Aussagen, der sagt nämlich wortlich, nimmt man die Gewinne aller Autohersteller auf der ganzen Welt zusammen und setzt sie ins Verhältnis zur Marktbewertung von Tesla, wäre das KGV immer noch höher als das KGV von VW plus ein tränenlachender Smiley plus noch Fragen, nein, das ist keine Blase und nochmal ein tränenlachender Smiley dahinter. Also sehr sarkastisch die Aussage natürlich, was soll das überhaupt, die blöde Frage, natürlich ist Tesla überbewertet. Und der Punkt ist aber, das muss man einfach sagen, die Frage ist überhaupt nicht blöd, sondern die ist sehr komplex zu beantworten und ich zeige euch jetzt warum das so ist. Am Beispiel Tesla, aber es gilt auch für andere Technologie-Aktien und ich greife da Nemetschek und Sartorius, den DAX-Neuling raus, da komme ich später drauf. Wenn wir gerade beim Thema Vorschau sind, im Aktienreport am Samstag lautet der Titel Lieferketten-Crash-Zinsen-Inflation, was man jetzt kaufen soll und was nicht. Mein Kollege Michael Kissig macht sich da genauso Gedanken zur aktuellen Lage wie ich hier und gibt aber auch konkrete Tipps zu einzelnen Aktien. Einfach unten auf den www.aktien-report.de-Link klicken und ihr erhaltet den Report kostenlos in eure Mailbox am Samstag mit konkreten Favoritenvorstellungen. So, jetzt zurück zum heutigen Thema. Ich habe hier mal ganz tief in der Mottenkiste gewühlt im Archiv und einen ganz alten Artikel von Tesla herausgekrampt von mir. Eine Kaufempfehlung seht ihr hier und zwar ist dieser Artikel vom 2. April 2013 und hier in der zweiten Abbildung seht ihr auch das Fazit von mir damals. Tesla stand bei 44 Dollar zurück. Das war noch vor diesem 5 zu 1 Aktien-Splitt. Das heißt, eigentlich stand die Aktie damals Splittbereinigt bei 8 Dollar. Ich hätte einfach nichts weiter zu tun brauchen, als die Aktie jetzt 8,5 Jahre lang im Musterdepot zu lassen und der Wert der Position wäre in dieser Zeit um den Faktor 143 gestiegen. Das habe ich leider nicht gemacht. Vielleicht wenn ihr euch jetzt fragt, warum, aber zeige ich das euch überhaupt? Nun, es gab interessanterweise damals im April 2013 bereits extrem viele Stimmen, die Tesla als dramatisch überbewertet angesehen haben. Die Shortquote lag damals bei 25%, heißt tatsächlich 25% aller ausstehenden Aktien waren damals leer verkauft. Damit war die Shortquote sogar um ein Vielfaches höher als heute. Heute liegen wir gerade noch mal bei 3% Shortquote. Das heißt, heute werden die wenigsten mehr darauf, dass Tesla abstürzt. Und die Marktkapitalisierung war damals schon 4,3 Milliarden Dollar gegenüber Umsätzen von 413 Millionen Dollar im Vorjahr. Das heißt, damals haben wir schon KUV von über 10 gehabt und viele haben, wie gesagt, damals schon Tesla für dramatisch überbewertet gehalten. Und mit guten Gründen auch. Man hat damals noch diesen Roadster auf dem Markt gehabt und das Model S war noch ganz neu. Und selbst die allergrößten Bullen hätten sich damals wohl nicht träumen lassen, dass die Aktie 8,5 Jahre später um das 143-fache höher steht und zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehört. Und wer seither Short geblieben ist bei Tesla, der hat wirklich Haus und Hof verloren, was wieder mal zeigt, wie gefährlich das Shorten sein kann. Aber die Putzfrau ist auch wieder da jetzt endlich mal. Aber ich will auf etwas anderes raus. Tesla hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund einer Billion US-Dollar. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn die Marktkapitalisierung bei 250 Milliarden Dollar stehen würde, dann wird keiner sagen, Tesla ist zu billig bewertet. Also, dass wir uns da jetzt nicht falsch verstehen. Es steht vollkommen außer Frage, dass das Unternehmen sich in den letzten Jahren operativ sensationell gut entwickelt hat. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass Tesla eine deutlich höhere Marktkapitalisierung als jeder andere Autobauer verdient hat. Und vielleicht sogar eine höhere Marktkapitalisierung als VW, Daimler und BMW zusammen. Warum, habe ich wie gesagt im letzten Tesla-Video erklärt. Aber wenn wir einfach mal sagen, 250 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, ja, die könnte man problemlos rechtfertigen. Also ein Viertel des aktuellen Kurses. Aber was ist mit diesen zusätzlichen 750 Milliarden Dollar, die dann bis zu Billionen ja noch fehlen? Wo kommen die her? Und allein mit Kultaktien lässt sich das ja nicht erklären. Und hier kommen wir jetzt zu meinem ersten Punkt, meiner These, die vielleicht viele überraschen wird. Ich sage, bei anderen Wachstumsaktien ist das mit der Bewertung gar nicht so anders wie bei Tesla. Und ich greife einfach mal mehr oder weniger wahllos zwei deutsche Aktien heraus, die ich auch schon, ja, seit über einem Jahrzehnt jetzt, noch länger eigentlich, schon verfolge. Nämlich Nemetschek und Sartorius Nemetschek, Anbieter von Bausoftware, mega erfolgreich, tolles Unternehmen, tolle Marktstellung, exzellente Kursentwicklung. Hier mal der 10-Jahres-Chart für euch dazu, der ist absolut beeindruckend. Die Aktie hat sich ungefähr verzwanzigfacht jetzt seit 2013, wenn wir jetzt mal dieses Mal diesen Vergleich zu Tesla wieder heranziehen. Aber, und das ist das große Aber, sie ist eben auch viel stärker gestiegen, als die Gewinnentwicklung seither das Recht verdienen würde. Ich erinnere mich noch daran, dass die Aktie damals bei einem KGV von rund 20 gehandelt worden ist, auf Basis der Gewinne, die vor 2013 erwartet worden waren. Und wichtig, bei 20% lag damals auch ungefähr die erwartete Gewinnwachstumsrate für das kommende Jahr und für das übernächste Jahr und so weiter. Das war damals ja noch so. Wisst ihr vielleicht gar nicht mehr, da gab es diese Price-Earnings-Growth-Ratio und ein Wert von 1 galt als fair. Sprich, wenn erwartet wurde, dass das Unternehmen seine Gewinne für die kommenden Jahre um durchschnittlich 20% pro Jahr steigern würde, dann galt ein KGV von 20 als fair. Wurde erwartet, dass die Gewinne um 30% steigen, dann wäre ein KGV von 30 fair gewesen. So einfach war die Welt damals, noch in der Theorie zumindest. Jetzt schauen wir uns mal das aktuelle KGV von Nemetschek für das Jahr 2021 an. Ich habe es euch hier eingekreist. Haltet euch fest, es liegt bei 89,5 und bei 83,9 für 2022. Und das Frappierende dabei, das erwartete Wachstum beim Gewinn pro Aktie für die folgenden Jahre, das liegt nicht höher, als es im Jahr 2013 der Fall war. Auch hier eine Abbildung dazu, ich hoffe, ihr könnt die gut sehen. Nemetschek soll in 2021 pro Aktie wieder leicht mehr verdienen als im Vor-Corona-Jahr 2019, soll dann in 2022 den Gewinn auf 1,20 Euro je Aktie steigern. Das wäre ein Plus von mageren 7% gegenüber 2021 und dann in 2023 auf 1,42 Euro je Aktie, was dann ein Plus von 18% gegenüber 2022 wäre. Aber wie bitte kann so eine Aktie ein KGV von knapp 90 haben? Man kann hier genauso wie bei Tesla sagen, die Aktie ist mit dem Faktor 4 überbewertet, grob zumindest auf Basis dieser herkömmlichen Bewertungsmaßstäbe. Bei Sartorius, dem DAX-Aufsteiger, auch sensationelle Entwicklung operativ in den letzten Jahren, auch ein Corona-Gewinner, aber da ist es ganz ähnlich. Wir haben hier ein 2021er KGV von 89, 2022er KGV hier etwas niedriger bei 68, obwohl der Gewinn pro Aktie zum Beispiel von 2022 auf 2023 nur noch um knapp 12% steigen soll. Seht ihr hier auch wieder die Abbildung dazu. Das heißt, auch hier könnte man eigentlich sagen, dramatisch überbewertet. Und ich habe hier bewusst jetzt zwei Firmen rausgesucht, die schon etwas reifer sind, auch schon lange profitabel und wo auch das erwartete Umsatzwachstum nicht besonders hoch ist. Lasst euch das mal auch in den Kopf gehen. Und trotzdem sind auch die Bewertungen dieser beiden Firmen von Nemeczek und Sartorius in den letzten Jahren nicht nur etwas angestiegen, sondern nochmals dramatisch angestiegen. Wir reden hier wie gesagt von KGVs von 80 oder 90, die jetzt als vollkommen fair und normal betrachtet wurden, von den Analysten zumindest, wo vor 8 oder 10 Jahren noch ein KGV 25 als fair galt. Und das bei vergleichbaren Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn damals wie heute. Heißt doch ganz klar, nicht nur bei Tesla scheint die Bewertung unter normalen oder traditionellen Bewertungsmaßstäben, wenn man so will, utopisch hoch, sondern eben auch bei ganz normalen deutschen Tech-Aktien oder Wachstumsaktien oder wie immer man die auch bezeichnen will. Und das schon mal als Erkenntnis festzuhalten, Tesla ist kein Einzelfall. Bei Tesla ist es nur besonders auffällig, weil eben alle über Tesla sprechen und weil es um so hohe absolute Summen geht. Aber die noch spannendere Frage für mich und für euch wahrscheinlich auch, die heißt natürlich, woher kommt es? Und heißt es nicht, dass alle Technologieaktien im Moment viel zu teuer sind und gemieden werden sollten? Und hier kommen wir jetzt quasi an das Pudelskern zur Auflösung des Rätsels, wenn man so will, was sich geändert hat. Das ist das Umfeld für Aktien, konkret die Zinssituation. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Grundregel bei der Bewertung von Aktien, die euch unbedingt merken soll. Jede Bewertung einer Aktie muss immer relativ zu dem gesehen werden, was Anleger mit quasi risikolosen, festverzinslichen Wertpapieren verdienen können. Da sieht es ja, da erzähle ich euch nichts Neues, wahrscheinlich bekanntermaßen extrem mau aus. Die Rendite für eine 10 Jahre laufende deutsche Staatsanleihe, die liegt aktuell bei minus 0,2%. In den USA sieht es ein bisschen besser aus, da sind wir bei 1,5% für 10-jährige Staatsanleihen, für die T-Bonds. Aber auch das ist historisch betrachtet ein unfassbar niedriger Wert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist der konkrete Zusammenhang zu den Aktienkursen? Nun, wenn die Zinsen für festverzinsliche Papiere null oder negativ sind, dann werden zukünftige Cashflows von Wachstumsunternehmen immer wertvoller, auch wenn die noch so weit in der Zukunft liegen würden. Die Profis sagen, zukünftige Gewinne bzw. Cashflows müssen nicht mehr oder kaum mehr abdiskontiert werden auf die Jetztzeit. Heißt, wegen dieser extrem niedrigen Zinsen oder inzwischen sogar Negativzinsen, die wir anderswo bekommen bei festverzinslichen Papieren oder einfach auch bei Tagesgeld, sind wir Anleger bereit, für zukünftige Cashflows und Gewinne von Firmen, so unsicher die auch sein mögen, extrem hohe Preise zu bezahlen, weil die Aussicht auf diese Cashflows und Gewinne in ferner Zukunft, und mögen die auch noch so unsicher sein, immer noch attraktiver ist für uns als Nullzinsen oder negative Zinsen für festverzinsliche Papiere, wie eben Staatsanleihen. Das ist die Erklärung des Ganzen. Oder vielleicht anschaulicher nochmal erklärt am Beispiel Nemetschek. Bei einer Aktie wie Nemetschek schauen wir jetzt eben nicht mehr nach dem Gewinnmultiple oder dem KGV für 2022, sondern vielleicht schon nach dem KGV für 2026 oder 2027. Und bei Tesla ist es nicht anders. Und wir machen unsere Bewertungen dann anhand dieser Prognosen fest. Und apropos Tesla und dem Unterschied, was die Bewertung betrifft zu normalen Autobauern, erinnert euch nochmal an das, was Franz Keller, mein Zuschauer, damals geschrieben hat. Nimmt man die Gewinne alle Autohersteller auf der ganzen Welt zusammen und setzt sie ins Verhältnis zur Marktbewertung von Tesla, wäre das KGV und so weiter immer noch höher als bei VW. Wie ist das möglich? Nun genau wegen dieser abdiskontierten Cashflows-Thematik. Die hat eben dazu geführt, dass die Bewertungen für Wachstumsaktien immer weiter gestiegen sind. Das habe ich euch ja gerade gezeigt. Aber eben die Bewertungen für Value-Aktien, die sind niedrig geblieben. Beziehungsweise bei Autobauern wie VW oder Daimler sind die tendenziell sogar noch zurückgegangen. Ganz einfach deshalb, weil der Markt hier eben stagnierende Gewinne und stagnierende oder gar fallende Cashflows für die Zukunft erwartet. Entsprechend unattraktiv sind diese Aktien im aktuellen Marktumfeld. Man kann das theoretisch sogar auf die Spitze treiben, indem man sagt, wenn die Zinsen für festverzinsliche Anlagen dauerhaft auf Null bleiben, dann können im Gegenzug Wachstumsaktien quasi auf unendlich steigen. Das heißt, dann wären Tech-Aktien quasi immer zu billig. Und das ist der Zusammenhang mit dem Titel des heutigen Videos. Das heißt wiederum in der Folge, wer Kursziele für Aktien bestimmen will, der muss eigentlich immer, speziell bei Wachstumsaktien, auch eine Vorstellung davon haben, wie es mit der Zinsentwicklung weitergeht. Und das wiederum hängt ja unter anderem von der Inflation ab. Steigt die Inflation dauerhaft, dann müssen die Notenbanken die Zinsen erhöhen. Und dann sind extrem hohe Bewertungen für Wachstumsaktien wie Tesla auch nicht mehr haltbar. Und je höher die Zinsen wieder steigen, umso mehr fallen tendenziell auch wieder die Bewertungen für Tesla, Nemelcheck oder Sartorius unter Umständen dann auch wieder auf KGVs von unter 20, wo sie eigentlich ursprünglich mal hergekommen sind. Wenn ihr also an eine dauerhaft hohe Inflation und steigende Zinsen glaubt, dann solltet ihr Tech-Aktien ganz klar tendenziell verkaufen. Aber das gilt natürlich eben auch umgekehrt. Wenn wir nach diesen ganzen Corona-Verwerfungen jetzt wieder einen starken Rückgang der Inflation sehen würden und die dauerhaft niedrig bleiben sollte oder sogar eine Deflation droht, dann haben die Notenbanken keine andere Wahl, als die Zinsen so niedrig wie nur irgendwie möglich zu lassen oder gar in den negativen Bereich runterzufahren. Und dann wiederum würden Wachstumsaktien eben noch weiter steigen, die Bewertungen noch weiter anziehen, theoretisch sogar unbegrenzt. Und jetzt nochmal ein praktisches Beispiel zu nennen. Letzteres glaubt eben zum Beispiel auch Cassie Wood, Wachstumsguru. Sie sagt eben, der technologische Fortschritt durch Automation, durch Robotik, durch künstliche Intelligenz, der wirkt so stark deflationär. Heißt, drückt die Preise von Produkten, von Dienstleistungen, auch die Löhne, dass wir eher eine Deflation kriegen als eine Inflation. Und deswegen werden die Zinsen niedrig bleiben und Wachstumsaktien werden weiter steigen. Sprich, der technologische Fortschritt drückt die Preise und sorgt für Deflation statt Inflation. So, und das ist dieses Dilemma. Und entsprechend investiert eben Cassie Wood dann deswegen in Wachstumsaktien wie Tesla. Das ist das Dilemma, in dem wir uns als aktiv investierende Anleger befinden. Wir müssen nicht nur eine Aussage darüber treffen, wie sich die Firmen, in die wir investieren in den kommenden Monaten oder Jahren operativ entwickeln werden, sondern wir müssen gleichzeitig auch prognostizieren, wie sich die Zinsen für festverzinsliche Wertpapiere, wie eben Staatsanleihen entwickeln. Und um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang des Videos zu spannen, zur Frage von RadoTV, der wissen wollte, wer investiert noch in Tesla zu den aktuellen Kursen. Und die Antwort lautet, es sind eben Anleger wie Cassie Wood, die zum einen glauben, dass Tesla in zehn Jahren der alleinige unumstrittene Dominator in der Automobilbranche sein wird. Klar, das muss natürlich eintreffen, damit die Bewertung gerechtfertigt ist. Die aber gleichzeitig auch zusätzlich glauben, dass die Zinsen dauerhaft bei Null bleiben werden oder sogar negativ werden und deshalb die Bewertungsniveaus quasi in Richtung unendlich steigen können, theoretisch. Und da muss beides eintreffen. Und so absurd sich das eben auch anhören mag, in den letzten Jahren ging es tatsächlich in diese Richtung, was man eben dann an diesen KGVs von Nemetschek ablesen kann, das wie gesagt von 20 über 35 bis jetzt knapp 90 gestiegen ist, obwohl die Bewertung, obwohl die Wachstumsraten diese Bewertung nie und nimmer hergeben. Und wenn es so weitergeht mit den Zinsen, steht das KGV von Nemetschek in drei Jahren vielleicht dann bei 120. Wer weiß das schon. Das ist der Stand der Dinge, meine lieben Freunde, und ich lasse die Fakten heute auch bewusst so stehen. Ich verzichte auf eine eigene Prognose, ganz einfach, weil ich nicht weiß, was in drei Jahren sein wird und ganz ehrlich zugeben muss, dass ich alle für absolut verrückt erklärt hätte, wenn die mir vor einigen Jahren gesagt hätten, im November 2021 liegt die Marktkapitalisierung von Tesla bei einer Billion Dollar und Nemetschek hat ein KGV von 90. In diesem Sinne fröhliches Nachdenken und viel Erfolg bei euren Aktientransaktionen. Ich bin Armin Brack, wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder am Sonntag. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.